Nein, hierbei handelt es sich nicht um einen makabren Tatort. Aber was in dieser portugiesischen Kleinstadt geschah, schockte die Einwohner. Eine kleine Stadt in Portugal wurde nach einem Unfall in einer nahegelegenen Brennerei von einer massiven Rotweinflut heimgesucht. Zwei Tanks mit Rotwein einer Brennerei in Levida seien geplatzt und ihr Inhalt ergoss sich auf die Straße. Und zwar sagenhafte 2,2 Millionen Liter Rotwein wurden freigesetzt und überschwemmten die Stadt mit einer erschreckend roten Flut. Das Unternehmen übernahm die Verantwortung für die Schaden, der durch die Katastrophe entstanden sein könnte. Unterdessen hätten Freiwillige verhindert, dass der Wein den Fluss erreichte und eine Umweltkatastrophe hätte verursachen können.